Das ist auch schön, aber das meine ich nicht. Ich spiele das Hemm. Das ist, denke ich, schön. Ich habe kurz über die Fußmude gesprochen und habe gesehen, die Prakade haben wir auch im Wachsaußen geradeaus gelegt. Heute ist das Museum, wenn man hier die Fakate hat, die Vorleschaft und die Abstandung, die müssen da noch auf, und dann, wenn man da sieht, also aus dem Weiter- und Rückkehr, oder zu steigen, und dann können wir auch zuschneiden, und das ist halt. Zeigst du noch die Fußspiele des Herrn, wenn er die Frau um sich dreht? Ja.